Es wirkt wie ein entspannter Spaziergang am Strand. Doch diese freiwilligen Helfer in Rumänien suchen an der Schwarzmeerküste nach verendeten Delfinen. Mehr als 130 Kadaver sind in diesem Jahr schon angespült worden, heißt es von der Organisation Mare Nostrum. Fast zwei Drittel der Tiere sterben infolge der Fischerei. Die Delfine, die vorbeischwimmen oder auf Nahrungssuche sind, verfangen sich in den Netzen. Sie verenden durch Ertrinken, weil sie nicht mehr an die Wasseroberfläche kommen. Es sind ja Säugetiere, sie brauchen Luft zum Atmen. Experten fordern akustische Signale, um die Delfine von den Netzen fernzuhalten und strengere Kontrollen. Laut Tierschützern stirbt jeder zweite Meeressäuger in der Periode, in der das Fischen verboten ist. Manche Fischer fürchten die fischfressenden Delfine, manche bewundern sie aber auch. Sie helfen uns, denn sie können die Fische orten und so wissen wir dann auch, wo sie sind. Sie sind bei der Ortung besser als wir. Sie haben zuverlässigere Sinne, obwohl wir da viel investiert haben. Diesmal haben die Helfer keine Kadaver gefunden. Doch die Sorge bleibt um die Delfine im Schwarzen Meer. Das war die Delfine im Schwarzen Meer. Vielen Dank.